So, hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Let's Play, ja, wie versprochen, W.O.W. Ja, zusammen mit dem, wie soll ich ihn jetzt nennen, Rendes? Ach. Und dem, ja, Dorf, ich sag jetzt einfach mal Dorf, er heißt zwar nicht Dorf hier in-game, aber ja. Tach. Doch, Dorf, ich geh jetzt nicht an Accounten, aber wenn er sie im Glockteil genau ist, eben. Stauker. Naja, dann. Ja, wir füllen uns grad auf dem Schlachtfeld und es musste gleich rausgehen. 30 Sekunden. Was? 30 Sekunden. Wir sind schon 20. Sogar eine Überzahl. Hammer, gell. Wow. Ich muss erstrechen. Wir werden siegen. Aber Platz da vorne kriegst du. Ich muss, wenn man sich diesen Bock-Magier anguckt. Oh Gott, das ist ja scheiße. Ja, hat er schon. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Ja, der Erze knallt runter wie ein Bock. Ja, ich bin da unten. Hey. Leute, wir müssen rechts weg. Oder ihr geht zur Flagge an. Rechts! Ähm. Schon klar. Ja, doch, wenn du hier was los wirst, wird er brascht. Ja, ich kippe einfach um. Komm. Ähm. Hm. Jetzt sieht mein FPS aus. Noch ist alles stabil. Noch ist alles stabil. Noch ist alles stabil. Keine Sache. Doch, halt ihn auf, halt ihn auf, halt ihn auf, halt ihn auf. Ah. Ja. 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 Du bist ja hier an Zeit, die schon dumm rumgedödelt. Mach's denn jetzt. Tach. Dumm rumgedödelt. Alter ist der dumm rumgedödelt. Oh. Ja. Geil. Ich komm hier natürlich nicht hoch. Hoffnung, dass ich noch stealen kann, komm ich an. War ich denn gestillt? Ich glaube. Wow. Ähm. Wir brauchen Hilfe hier hinten beim, ja, Kontrollpunkte Allianz. Der Linke. Ach, doch, ist er von hier. Haben die die Flau? Nee, das senken ich wieder. Ho- Hm. Da hauen sie ab. Ja, Leute, wie gesagt. Wir sind relativ wenig groß anwesend. Es ist ein kleiner. Also. Ja, das sieht schlecht aus. Ich dachte, wir hauen mal lieber ab. Wenn wir nicht froh sind, wir haben einen Full-Equipten PVP-Token. Ich meine unser Konfi. Ja, abhauen. Das wird nischt. Warum hat denn die Rorde schon wieder die Flagge? Hilfe! Weil sie von uns keiner nehmen will. Nein, sie von uns keiner nehmen will. Genau. Ja, schon ziemlich schlecht. Ich weiß doch, wir sind ja auch nicht. Nicht genug Spiele, das Spiel wird echt beendet. Nein, es ist verbatzt. Du siehst dann die 50-Sekunden-Marke und dann geht einfach weiter. Da kennen die nix. Okay. Hm, ist ja lustig. Damals war das noch nicht verpackt. Hauptsache jetzt sind ja auch... Komm, jetzt hol die Scheiße. Ach du Scheiße. Go, 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 wir sind zwei. Da hinten ist noch einer. Ja, ich würde da abhauen. Scheiße, wir müssen hier weg. Also, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie mal genau da, wo am wenigsten von uns sind. Oh, jetzt sind sie reingekommen. Von hinten haben sie die Hordler durchgemacht. Haben die Wiener? Was ist mit der los? Ach, die Trissi ist ja ja wieder. Sehr gut, Christoph. Da hinten der Vogel. Ja. Haben wir sie? Nein, noch da. Ja. Ja. Ja, ja. Es war stumm. Tötet ihn. Ich komme noch länger. Töt ihn. Los. Die. 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 Der. Der. Fullecrip, der Typ. Los. Weltanskill, genau. Warum soll ich ihn hier entlassen? Weltanskill steuert. Er hat sein Mann an der Tiefe tun. Er hat sein Mann an der Tiefe. Ja, er ist sein Mann an der Tiefe. Ja, er hat sein Mann an die Tiefe. Hör es hinter uns hinter uns hinter uns? Ja, welchen wir einfach nehmen. Ach wir haben es sogar verkackt, Idioten. warum guck mal die basen an und es ist so schön wo ihr hin rennt oh man seit die uni ist voll na ja wir können schlecht da genau oder rein rennen also ich werde das da nicht machen in einer single horde da was soll ich denn vorrennen ich hab die kackflagge ja wir müssen in die andere richtung hier ist keine base von uns ja wir hatten vorhin aber alle drei du musst jetzt eigentlich probier doch ich kann hier mit der flagge echt an der gegner base vorbei ich krieg ein kind ok probiert zu unserer base zu kommen obwohl da hinten auch holler waren ja du bist doch schon verfolgt blubbe ich halt ihn auf rennen weiter wo viele holler sind da kannst du knicken alter und hinter uns sind auch welche es gibt nur einen weg sprühen genau wir ziehen mal hierher oh verteidigen gewicht aber ich bin sicher das war ironisch gemeint ist ja schon schlecht also wir haben die flagge doch sicher jetzt oder ja stimmt im moment sind wir noch leicht im vorsprung er hat gebrühen oh gott eine rakete hat er ich hatte ja ey die habe ich doch schon seit ewigkeiten ist das so ja achso haben wir doch relativ wenige aber trotzdem ja wir sind gerade am dann nehmen haben wir haben ok die heute kriegt man wieder die dings die flagge unter na klar na klar wieder ein los und go wie einfach mal hin Alter, das mit ich hab kein Ziel ist echt nervig. Ich hab mich echt noch an irgendwas gewöhnt, dass der automatisch mal was anvisiert. Der denkt ja leider nicht dran. Locktab einfach, dann schaltest du durch. Noll, die Hordler hat uns überholt. Das ist doch nicht so geil. Haben die Flagge sicher? Hat man ja verteidigt. Welche tappt ihr gleich? Der holt sich die Flagge. Komm schon, mach hin. Eigentlich dürft ihr da hinten wieder sicher in die Base, oder? Ich bin ja so in der Live-Garde. Rechtsrum, ne? Rechtsrum! Leute, ihr müsst doch schon hinter mir bleiben und ihr vorge... Ja, das sieht gut aus. Die Live-Garde. Er war vorhin. Ja, wir haben den Weg gesichert. So sieht das doch aus. Ey, der ist aber kacke, muss man dazu sagen. Also, der geht down wie Butter. Ja, du kommst mal her. Ja. Warte, check her. Hab ich... Das ist echt, warte. Kann sein. Oh Gott, der tut die Horde dahinten. Lager. Ich guck's jetzt echt. Scheiße. Ich glaub man ist echt mit dem dummen Gut DLK. Du bist sau gut in Connection. Ja, der ist gut. Scheiße. Der hielt sich auch krass. Kann ich leider nicht so gut. Ja, das war meiner. 19.000er Crit. Da konnte einer's schnell machen. 19.000er ist aber nicht so dolle. Ja, mit nem Zorn. Entschuldigung. Ja. Außerdem ist das ein Full-Tank, der kriegt doch weniger Schaden. Komm zur Flagge, zur Flagge, zur Flagge. Ja, trotzdem, DMG hat da dennoch ordentlich gedealt. Wie gesagt, bevor ich halt wechsle, brauche ich erstmal ne anständige Zweihandwaffe. Ja. Die bleibt hier. Oh Bastard. Wir haben verloren ja, oder? Ja. Ja, die Zorn haben auf jeden Fall verloren, oder? Sieht echt scheiße aus. Ja, aber im gesamten Sieg sind ja besser. Noch, ja. Aber wirst du sagen. Oh ne, tschüss, der Fenner. Hallo, eh ne Flagge und die sind wieder am Fortbrunnen drauf. Ja, das zu sagen. Und die haben die Schlacht um die Flagge gewonnen. Ich hätte sie jeden Fall und so lieben. Nebenbleiben. Alter, macht da Schaden, der Typ. Ja, nur von drei Huntern angriffen werden. Ja. Obst du, wir töten jetzt einen zweiten, einen behinderten Feral-Duel in, Alter. Schon peinlich. Den Kriegerfokus, den Capback-Krieger ist doch schlecht. Ach, war das der? Ach stimmt, das ist der Kacken-Bob. Ich seh' ja gar nicht von weitem, tut mir leid. Ja. Sind sich der Kripscher wieder gewendet? Ja, das ist schwierig an Feral, Alter. Wir müssen einen eben da oben. Der kommt schon alleine, klar, wie auch immer das ist. Okay. Das ist ein Paladin, der schafft das. Ich vergiss mal mich abzubuffen, Alter, das kotzt dich an. Haben wir die Feral oder die Gegner? Scheiße, die Gegner. Das ist natürlich nicht klar. Das sieht man wohl doch. Dann müssen wir den jetzt aufhalten. Zwischendurch snacken wir nochmal den Todesritter. Den schon wieder! Ja, okay, den snacken wir vielleicht nicht ganz so schnell. Oh, jetzt könnten die bei uns am Friedhof, ist klar. Ich habe eine Angelegenheit. In der Flüge, ich bin der Flüge, ne mit。 Und bei uns dem Flüge. Ich bin der Flüge, die居 auf dem Lüge. Ja, okay, ich bin mia. Oh, jetzt bin ich damit, die kinder. Ja. Ich bin der Flüge. Und der Flüge ist, denn wenn ich viel mehr da noch nicht. Ja Leute, ihr macht alles falsch, da ich das Gefühl. Ja wenn die an unserem Friedhof kämpfen, was sollen wir machen? Ja, ich hab auch das Gefühl, wir machen mich jetzt hier falsch, aber das ist erstmal Nebensache. Ja, wir müssen die Flagge verteidigen. Ey, das ist schon wieder der Kackbob. Hat es sein, dass er hochgestackt hat und ohne Equip bloß hier ranlässt und nur mit einem Helm? Naja, was wird das denn jetzt hier ohne Kackbob? Ist doch ja ne, da hab ich hier über den DK könnte solche Aktionen starten. Das wär auch nur ne Ablenkungsmaß. Die einnimmt ja gut. Wo will sie denn hin mit der Flagge? Hättest du denn nicht die hintere Base nehmen können? Da, sie läuft nochmals wohl erstmal. Oh, meine Güte ey. Ja, komm hier runter. Der Interface wäre sicherer gewesen. Ne, so ne Scheiße. Loi, Loi, hat's durch die Map gefallen. Okay, wenigstens ist er tot. Hoppik doch mal. Juhu geht weiter. Leute, Hilfe. Ja, wo bist du denn? Vor deiner Nase. Ach du Kacke, da kommt der DK. Ne, okay. Den Fokus in Wandern. Nicht! Da oben ist der Kackkrieger. Der Typ, der nur nen Helm auf hat. Und ne Waffe. Der Rest sieht irgendwie nach Green-Tick-Crupp aus. Level 80. Hier bleiben. Meine Fresse. Die sind mal abgehauen wollen, die Ordler. Ja, okay. Würde ich wahrscheinlich genauso machen. Ja, wir brauchen jetzt hier die Flagge. Leute. Da ist immer noch so... Ach so. Na dann geht's ja. Geht nicht in Battle Royals, glaube ich. Ach, scheiß Trausch. Oh. Du bist trotzdem sauernd am Kopf. Hm. Die Roller ist vielleicht wieder 100 Punkte. Das ist natürlich extrem gut. Ist da der Kack... Ist da schon wieder der... Da ist schon wieder der Kackkrieger. Ne, 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 ne. Ich hatte ähm... Ich hatte ähm... Ich hatte ähm... Ich hatte ähm... Full-Pvp-Hunter. Hat mich an den Griffen. Der kam jetzt später dazu. Ich hab immer noch Hunter-Fokus. Von wem auch immer. Was ist das Fokus? Wir müssen noch mal die Flagge holen, Leute. Ja, das sagt nicht uns. Sagt das die anderen. Und außerdem ist die Flagge grad gar nicht da, wie Idiot. Ja, weil ein Hordler hat. Zum Zweifahr. Sollen wir sie dann bitte holen? Oh, scheiße. Die überholen uns. Die haben uns vorhin schon mehrmals überholt. Wie viel dazu? Na dann mal los, Leute. Ey, Fizier-Flagge. Die dürfen nicht normal bekommen, Alter. Dann haben wir nämlich endgültig verkackt. Aber wie kann der... Halt den auf, halt den auf. Okay. Scheiße. Ein paar Netze. Und dann ist auch leider. Weiter. Hier hinten ist Big Trouble. Wirst du auf, kannst du knicken. Wart keine knicken. Die rennen alle zur Flagge hinterher. Cap, guck mal hinter dir. Ich hab die Flagge da sicher. Wirst du nach hinten abgehauen, ja? Ja klar. Denkst du mit blöd oder was? Ja, wiss ich nicht. Kann ja sein, dass du solche Suizideaktion startest wie ja viel vorhin. Ich bin runtergesprungen, äh, auf so'n Vorsprung. Und dann bin ich zu der Base gespründet. Und dann bin ich zu der Base gespründet. Na dann. Jetzt hab ich das Ding... Ich hab dich schon... Oh nein, hier ist schon wieder der BlutdK. Nein, bitte nicht runtergefallen. Ja, runtergefallen, yeahaaaahhhh. Ahhhhhhh Geil Ich würde den Healer Können Ich bin Christoph Ich bin Christoph Da hinten, da hinten, da hinten weg Du musst jetzt hier runterspringen Hier musst du runterspringen, Dorf Ja, ich bin jetzt Stunt, ich hab ihn hinter mir, Christoph Hier bleiben Ich hab sie Scheiße Wo bist du Cap Hier unten Andere Richtung Cap, zurück, 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 hier lang Läuft ja Das kann ich ja nicht wissen Vorhin kam aus beiden Seiten Hordler So Bruch und dann geradezu zur Base Hop, hop, hop Scheiße Wenn du die finisht, dann haben wir, dann haben wir eigentlich gewonnen Da sind aber gerade Da ist ein Hordler gerade Aber doch kommt, wir sind dominant Wenn du die finisht, gibst du uns 100 Punkte, wir haben gewonnen Da ist der Der ist da Der hat er geschafft Good game Toll Der hatte bei mir die Flagge ja nicht mehr Und tot Gefinisht 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 Gut Leute, bis zum nächsten Mal Gefinisht Gefinisht Gefinisht